verlosung ihr wisst was dieses bild bedeutet wir haben für den september einiges zu verlosen und einiges auch einfach so zu zerschenken zu zerschenken super also verschenken wir fangen an mit humble choice von anfang des monats und dort verschenken wir evoland an venta crassus weil er war der einzige der teilgenommen hat kathrin verschenken also kommt per mail ich schreibe auch noch einen kommentar unter das unter den den beitrag das mache ich aber diesmal nicht live das wird sonst zu lange das mache ich nach und nach dann kathrin wird an squall diamond verschenkt weil er auch da alleine also kathrin egal weil er auch alleine mitgemacht hat ja das heißt also das ist ganz klar beide kontaktdaten habe ich schon weil die beiden schon mal gewonnen haben das heißt wie immer scroll diamond kriegt über twitch und wenn er krassus kriegt per mail so dann haben wir die erste verlosung auch bei humble choice und zwar ist das forager 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 haben mitgemacht pavel koslyadov und iwd also auch ein alter bekannter ich glaube beiden habe ich auch die kontaktdaten wenn nicht schreibe ich das entsprechende drunter so also los nummer eins war der pavel und iwd war los nummer zwei also minimum eins maximal zwei und was kommt eins das heißt also der pavel hat forager gewonnen machen wir doch gerade mal her in meiner textdatei ein x hinten dran bei denen die gewonnen haben so das war jetzt schon mal das humble choice alle anderen wurde nicht teilgenommen oder das war auch nicht mehr ich weiß es nicht ist zu lange her ich habe es jetzt aber notiert so dann das große simulator bundel da wurde wirklich kräftig mitgemacht und zum beispiel the hunter gibt es nur einmal zu verlosen haben wir drei teilnehmer nick smeno und nesjob ich habe es vielleicht erst ein bisschen abgekürzt ich bearbeite das nach das wird sonst viel zu lange und es ist ja trotz allem ganz eindeutig so ich muss jetzt ganz kurz mal hier was schauen sag ja doch mein ah ich gehe ein bisschen näher ran ich glaube so ist besser ja okay also ähm das heißt wir haben drei teilnehmer ähm jo also nochmal nick ist eins smeno ist zwei nesjob ist drei und drei nesjob herzlichen glückwunsch zack dann haben bei diesem bundle da wurde sehr viel mitgemacht elite dangerous haben zwei leute mitgemacht und zwar auch wieder ventagrasus und smeno gucken wir doch schnell mal oh 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 ich hab'n Fehler gemacht huh leid didar muss ich das wieder rückgängig machen ich lass' das ungeschnitten weil ich habe gerade gesehen, Hunter habe ich zweimal und da hat auch der Dr. Gegenwind noch mitgemacht. Das heißt also, ich muss mir das ganz kurz mal angucken. Irgendwas stimmt doch da nicht. Warte mal. Das Hunter, das, 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 hier Videos. Es kann also wirklich sein, dass ich da was falsch gemacht habe. Wo war denn das? Choice. Super Simulator Bundle? Nicht der Livestream, nein. Das Super Simulator Bundle hier. Immer mal. Sei mal ruhig. Okay. The Hunter haben wir Nick. Nummer 1. Dr. Gegenwind. Da haben wir nichts. Da ist wieder. Nummer 2. Nesjop ist 3. Und wo haben wir das Mino? Da. Ah, das war der Fehler. Das war der Fehler. Wieso habe ich da HU 2? Nochmal. Dr. Gegenwind hat 2. Nesjop hat 3. Smino hat auch 2. Und das ist das Problem. Dann hauen wir den Dr. Dr. Gegenwind. Einfach als die 4 rein und machen die Verlösung tatsächlich nochmal. So. Dr. Gegenwind. Entschuldigung, aber das kann passieren. HU 4. So, jetzt bin ich mal gespannt. Result 3. Es bleibt bei Nesjop. Alles klar. Dann kann sich auch zum Glück niemand beschweren. So, aber. Das da machen wir schnell mal weg. Elite Dangerous gab es 2 Teilnehmer. Und zwar. Venter Grasus und Smino. Diesmal stimmt es auch. Ja, es wird manchmal ein bisschen unübersichtlich. Also, Venter Grasus ist 1. Smino ist 2. Venter Grasus. Wow. Da bin ich mir sicher, dass es ihm gefällt. Weil wir kennen uns ja persönlich. Ich habe ihn heute Morgen noch gesehen nach der Nachtschicht. Und deswegen weiß ich auch so ein bisschen, was ihm gefällt. Genau. Aber er macht ja auch nur da mit, wo es ihn wirklich interessiert. So. Dann kommen wir zum 1c-Bundle. Und da wird alles verschenkt, was womit gemacht wurde. Und das ist bei dem 1c-Bundle auch nur eine einzige Sache. So. Gucken wir doch ganz schnell. 1c-Bundle. Wo, wie so ein Pssst. So. Ja. Genau. Deep Sky Derelicts ist das einzige Spiel, wo mitgemacht wurde von Venter Grasus. Und der hat das somit auch gewonnen. Ja. Auch da wird er sich mit Sicherheit freuen. Das Spiel hat Spaß gemacht. So. Wir kommen zum, ähm, zu dem Descent-Bundle. Da räumt der Venter Grasus auch wieder auf jeden Fall mal mit Salambo ab. Weil Salambo hat nur er mitgemacht. Zack. Oh, das wird eine Menge Kies. Ähm, dann. Bei X3 haben drei Leute mitgemacht. Das überprüfe ich jetzt nochmal. Ach so, das war das Descent-Bundle, genau. Das Descent-Bundle. Das war von Fanatical. Das war bei dem Zwischenbericht, ne? Ja. Heute gibt es mal. So. So, gucken wir doch mal. Ne, da ist es nicht. Wo war denn das Descent-Bundle? Jetzt wird es. Das war. Super Simulator. Bin ich denn jetzt ein bisschen doof? Ach, hier. Prime Game zwischendurch, Bundle und Descent. Genau, das war ein bisschen, ja, ja. So, gucken wir mal schnell. Da war das X3 dabei. Genau. So. Da haben wir X3. Nick, Garrett Green und Pommes. Okay. So. Salambo, wie gesagt, hat Venter Grasus schon gewonnen. Ganz klar, alleine. So. Da ist auch nichts. Pommes, genau. Das passt. Also haben wir 1, 2 und 3 für dieses wirklich geile Spiel. Eins. Eins heißt Nick. Na, diesmal ist doch der Nick dabei. Zack. So. Toki hat nur Nesjop teilgenommen. Nesjop hat gewonnen. Dann bei Garfield Card hat Nesjop und Pommes mitgemacht. Ja, beim Descent wurde auch viel mitgemacht. Dann schauen wir doch mal. Nesjop und Pommes. Ja, dann hat Nesjop doch gewonnen. Zack. Das ging Pommes bis jetzt leer aus. Das ist nicht schön, aber was soll man machen? Das ist es. So. Dann Better Future Bundle. Da hat bei Torchel 2 nur IWD mitgemacht. Also. Dann gibt es für IWD auch dieses Spiel. Dann bei dem YouCanPetYourDog Bundle. Da war gerade. Genau, das muss ich nochmal nachgucken. Also Descambit. Und diesmal geht Pommes nicht leer aus, weil er hat als einziger mitgemacht. Zack. Also Pommes auch. Du bekommst ein Spiel von mir. Na. Nein. So. Und dann hier. Dann When the Water Tastes Like Wine. Da habe ich jetzt drei Teilnehmer, aber da gucke ich, bevor ich auslose, nochmal sicherheitshalber nach. Ich wusste, das wird kompliziert. So. Das war das Hundebundel. Das Hundebundel von Humble Bundle. Ja. Zungenbrecher. YouCanPot. Ja, 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 das da. Hallo, hallo. So. Oh, mit dem Cronk Shirt. Schön. So. Das ist Venter Crassus. Habe ich den da dabei? Ja. Dann ist Smeno dabei. Habe ich auch dabei. Pommes hat Descambit bekommen. Also bekommt es noch. Und der Pavel. Habe ich den Pavel? Ja, den habe ich auch. Super. Das heißt also, wir können verlosen. Eins. Eins ist wieder Venter Crassus. Ich meine, ihr seht es live. Ich schneide nichts auch bei dem Fehler eben. Tja, Venter Crassus. Ja gut, aber es waren wirklich unglaublich viele. Und der S. Wie heißt der? Moment. Hier, der S. Steve. Den müsste ich noch anschreiben. Klar. Der kriegt Scribble Notes, weil er da auch der Einzige war. Wow. Alter Schwede. Das wird nachher ganz schön Arbeit. So. Dann. Hier. Das Bundlefest Zwischending. Und da muss ich aufpassen, weil da habe ich ein paar Keys zweimal. Genau. Republik habe ich zweimal. Jetzt wird es echt interessant. Trotz allem schaue ich mal rein. Das war der Bundlefest Zwischenbericht. So. Zack. Heute gibt es mal was. Ja. Ist lispelig? Genau. Hier. Adventure Pals. Ne, ne. Wir gucken erst mal nach. Republik. Nick. Genau. Republik. Haben wir zweimal zu verlosen. Äh. Ja, genau. Smeno. Nick. Und Pommes. So. Dann machen wir Republik. Auch 1 bis 3. Und es gewinnen zwei Leute. Also. Die Nummer 1. Das ist der Nick. Und. Ja, nochmal die 1. Geht nicht. Gut. Also Nick zweimal geht nicht. Achso, ja genau. Mindestens 2. Maximal 3. Es sind ja nur noch 2 übrig. So machen wir das. 3. Und der Pommes. Jawohl. Pommes, du sahnst auch ab. Wow. So. Das wird noch eine Menge Arbeit. Und ich muss da was essen. Ah, egal. Bisschen Zeit habe ich noch. So. Okay. Boah, ist das schon so lang? Ähm, 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 ähm. Dann Adventure Pulse. Gucke ich mal ganz kurz, wie oft habe ich das? So. Ähm. Das dürft ihr jetzt nicht sehen. Deswegen kleinen Moment mal gerade. Schwupps. So. Adventure Pulse. nur einmal. Also müssen wir es verlosen. Gut. Okay. So. Adventure Pulse haben Smear und Pommes mitgemacht. Also 1 und 2. Generate. 2. Wieder der Pommes. Wow. Dann kriegt Pommes auch automatisch. 2 Worlds 2. Weil er allein mitgemacht hat. Und auch Botweiß bekommt er. Und Toren auch. Pommes du sonst ab. Und wir sind fast am Ende. Ne, wir sind am Ende. Wir müssen nichts mehr verlosen. Es gibt nur noch ein einziges, äh, äh, einen einzigen Key, für den sich beworben wurde. Das war beim CI Games. Gucken wir nochmal schnell. Ob da noch was dazu kam, was ich vielleicht übersehen habe. Boah, Nervosität. Also ich bin... Pommes, genau. Ne, ne, ne. Das ist wieder... Und Pommes, du bekommst Lords of the Fallen. Ich fasse es nochmal zusammen. Oder ich fasse es nicht. Aber egal. Das wird gleich noch ein bisschen Arbeit. Ich muss ein bisschen was schreiben. Vor allen Dingen die Leute, die, ähm, noch nicht in meiner Kontaktliste drin sind. Genau. Denen ich noch nie was geschickt habe. Also. Gewonnen hat Evaland, Evaland, Ventacrasus. Catherine, Squall Diamond. Forager, der Pavel Kosokliadov. The Hunter, Nesjop. Egal wie. Elite Dangerous, der Ventacrasus. Der Ventacrasus hat auch Deep Sky Derelicts gewonnen. Und Salambo. Dann. X3 hat der Nick gewonnen. Moment gerade. Ich gucke mal gerade, ob ich vielleicht X3 vielleicht noch zweimal habe oder so. Aber ich glaube fast nicht. Na, aber in diese Liste, da dürft ihr nicht mit reingucken. Da stehen die Codes dabei. Weil wie gesagt, der Revenger hat mir auch sehr, sehr viele Keys, die dann er auch doppelt hatte, nochmal zum Verlösung zur Verfügung gestellt. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht eine Sache, die ich zweimal habe, nur einmal verlose. Nee, 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 nee. Garfield Card wird nur einmal mitgemacht. Nee, alles klar. So, also nochmal. Wo waren wir? X3 hat der Nick gewonnen. Toki hat Nesjop gewonnen. Garfield Card hat Ah, ich sehe gerade. Hat der Nesjop gewonnen, aber ich glaube, Garfield Card habe ich zweimal. Es ist immer gut, dass ich es geprüft habe. Also Garfield Card geht an beide. Juhu. Das heißt Nesjop und Pommes. Pommes, Pommes, Pommes. Du zahnst echt ab. So, dann äh, 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 so. Torchlight 2 bekommt IWD. Death Gamut kriegt Pommes. Where the Water Tastes Like Wine bekommt der Venta Grasso. Scribblenauts kriegt der S Steve. Und Republik kriegen Nick und Pommes. Adventure Pals kriegt Pommes. Two Worlds 2 kriegt Pommes. Botweiss kriegt Pommes. Thoren kriegt Pommes. Und Lord of the Fallen kriegt Pommes. Also ich denke mal, ja, ich glaube, alle haben was gekriegt, oder? Ist irgendjemand? Der IWD ist dabei. Pommes ist mehrfach dabei. Venta Grasso ist dabei. Hat irgendjemand nichts? Smeno war auch dabei. Smeno war dabei? Ich hoffe doch, Smeno war dabei. Moment. Smeno? Oh, nein, Smeno ist nicht dabei, aber Smeno ist doch dabei, weil ich habe Elite Dangerous sehe ich gerade doppelt zweimal zu verlosen. Also bekommt der Smeno auf jeden Fall Elite Dangerous. Das ist eins der Spiele, die hier auch wirklich am tollsten sind. Ansonsten hat der Smeno ... Ah, hätten wir gar nicht verlosen müssen. Ja, leider nicht so furchtbar viel gemacht. Water Taste like wine habe ich auch nur einmal. Ja, das ist gut. Ne, dann sind wir durch. Also, gut, dass wir es nochmal bei so viel, man verliert irgendwann mal die Übersicht. das heißt, das nächste Mal muss ich das auch ein bisschen anders managen. Aber ich denke mal, es war trotzdem recht informativ. Ich schicke jetzt mal ein paar Keys raus und kann es ein paar Tage dauern, weil es ist wirklich komplex, aber ihr bekommt die alle. Und dann, danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Spielen. Ciao!